um in städt liebe Freunde zum letzten Kapitel der ersten Kampagne Infektionszentrum bei Left4D2 mit der Hatzels Grüß Heim Grüß 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 Schönen Nachladen, Alter, ja. So, wir können storten von mir aus. Was ist denn mit der Rochelle los? Wir hatten die noch orange Leiste, Alter. Was klebt? Sag mal, was macht die an der Wand? Deck die Wand. Das ist ja ekelhaft, Alter. Das hättest du jetzt mal sehen sollen, wie die dir jetzt die Wand abgelegt hat. Ja, hab ich ja gesehen. Ich stand ja daneben. Hier ist wohl noch ein Medikett oder was? Ja, deswegen heil ich mich gleich mal. Ja, heil ich mal, Alter. In dem Schutzraum ist auch noch einer drinnen, ne? Ja. Was ist denn jetzt passiert, Alter? Die wollten nur alles Klo, oder was? Lade nach! Lade nach! Die Schlange immer vom Klo, ey. Ich lade nach! Ne, ein Schutzraum ist keiner mehr. Hä? Ne. Ja, aber Munition hat schon kleiner. Hab schon gemacht. Da ist ein Smoker! Boah, Alter. Ist klar, Alter. Da war ein Smoker und ein Hunter drinnen, Alter. Ey, das ist wirklich übel, ne? Lade nach! Pass auf, wo du hinziehst! Adrenalinschuss! Ja, den nehm ich auf jeden Fall. Hast du nen Goldsteiger gefunden, den? Ne. Oh ja, klar. Ach man, ich brauch das Ding! Mein Gott, ey. Das stimmt. Jetzt kommt der Scheiße. Ich geh aber auch mal noch gucken, ne? Geht mit der ab, ey! Ey, Gott, hab ich da einen geschlüssen! Nice! Oh mein Gott! Die fahr mich ein! Boah, stell mal drauf! Jetzt dürfen wir dieses geile Auto erfüllen mit Benzin! Kann man reinpinkeln, dann läuft das Ding hoch. Also ich würd sagen, Clay unten was nehmen und ein Kleid zum Auto. Also er, also er, also einer wirklich sagen, bleibt beim Auto und die, und die anderen hauen das Zeug dorthin. Oder zwei bleiben beim Auto, damit immer einer mit ihm zusammen ist, weil sonst wirds ziemlich ziemlich enge. Kanister suchen! Ich hab eh'n Kanister noch. Ja. Ich kann mal hier, ähm, betanken das Dingens. Kabouin! 13 Stück. Oh. Boomer ist weg! Abfänger mit, äh... Tcha tcha! Neben dem Auto! Bei mir! Das Film war bis jetzt! Tcha! 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 Sie haben auch schon wieder 2 gefunden! Tcha! Tcha! Es wird schön runterhauen das Zeug. Toma! Die Munition brauche liegen hier! Die Munition liegt nur hier! Das ist eben das Geile! Oh. Dud da A, Bravo, danke! Alter Alter, pass auf Hand doch bei mir Ah, ich liege da auch noch Ich hoffe das Ja, ist auch gut Bist du beim Auto? Ich würde sagen, ich heil mich mal ganz kurz, wenns geht Ja Oh, der Fettsack Ich bin gleich da Wo bist denn du? Ich bin da, da Ich bin oben Oh, okay Der Wider Der Wider Der Wider Ich geh mal mit hoch Äh, ja So, jetzt geh ich ein bisschen hoch Pissen Ja, es kommt ja wieder was geflogen Du Sehr gut Oh, ich häng da oben Verdammt Das kann man nirgendwo anhören Bin noch unterwegs Der hängt wirklich wohl oben fest Der hängt wirklich wohl oben fest, ne? Passt auf! Au, gut Ach, gut Hahaha Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Beheilung Also, wenn wir wirklich keine Kanister mehr zusammenkriegen, würd's auch sagen, wir seh schon alle immer rein, ist das Ding auch voll Jo. Jetzt kommt der nächste Maul da, aber... Ich kann Katze... Ich hab noch nen Benzinkanister, jawoll Und da ist noch einer Super, macht ihr das, super, super, super Scheiße, hier ist ein hessischer fetter Sack, Alter Da spuckt mich gleich an, pass auf Doch nicht Hab ich nicht getroffen, komm her Fettes Schwein, komm her Oh meine Ruhe, Alter Ja Ich bin unterwegs, ich schütze mich vor dem Sef Ich hab noch einen mit dabei Ich bin schon hier hinten alleine Ja? Ja, ich bin schon Ja, einen Smoker hab ich hier hinten, einen Smoker hatte ich Eben brauchen wir noch, jawoll, da hinten fliegt er, jawoll, Alter Schön, dass der Tank kommt, Alter Ist mir scheißegal, ob die Rochelle irgendwie... Ach du scheiße, Alter Lass mich bitte in Ruhe Lass mich bitte in Ruhe Lass mich bitte in Ruhe Geht los, he? Einsteigen Alter, so, so geht das, äh Ja, These Der alte Hammer liaschen lassen Ja, ich hab dir immer die Kaniste mal aufgeschmissen, hast du gemerkt? Ja, ja, hab ich gerade gesehen, das ist so gut so, wie gesagt Man muss sich noch natürlich aufpassen, wenn man hier oben ist und so Ja, äh, wie gesagt Freunde, das war die erste Kampagne hier von Leffre 2 Ehm, hatten Spaß gemacht, wie gesagt, wir hoffen, dass in der nächsten Kampagne dann, ähm, de Chipsy mit dabei ist. Wollen wir uns auf jeden Fall freuen und dass wir eben mal zu viert sind, das wäre auf jeden Fall oh nice. Weil es ist immer scheiße, wenn man so einen Computer schon gesteuert oder Gegner mit rumrennt. Und, äh, ja, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Daumen und einen Kommentar, würde uns wirklich sehr weiterhelfen. Ähm, wie gesagt, besucht uns auch auf YouTube, äh, Stars Game Zone, auf Facebook, Let's Plays und, äh, habt noch einen, äh, schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem. Und, ist eben, haut rein, doch, der Sef, der Hassel, der Haftel, doch, hält die Urspン-Bohrmeikungszentrum die Stunde, der Fahrer wird, schau, Leute.